Hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Ich hab den Katzen ihr komisches Spielzeug jetzt weggenommen, du kannst dich auch ficken. Ui, schön. Ähm, das komische Spielzeug, dabei handelt es sich um einen Plastikcontainer, in dem sich Salat befand. Befand, wohlgemerkt, da ist nichts, was sie rausholen können, aber sie kauen trotzdem drauf rum. Um zu versuchen, an die nicht mehr vorhandenen Contents ranzukommen, das letzte bisschen... Aua. Äh, Dingens. Ah! Zum Fick! Das letzte bisschen, äh, Soße, nehm ich jetzt mal an. Ja, Load from last safe, hab ja keine andere Möglichkeit, ne? Wo zum Fick bin ich jetzt? Bin ich weiter hinten? Wahrscheinlich schon. Ja, servus. Grüezi, war bei der Ere. Wo kommst du denn jetzt her? Aua. Der ist auch schon am sterben, das ist gut für meinen. Ey, Shotgun. Ey, Madkit, danke. Au! Zerfetzt. Was war ich jetzt noch, was war ich jetzt noch, Madkit? Granete acquired. Freck, Granete. Gut. Braucht er das Madkit jetzt leider? Okay, der ist kaputt. Okay, der ist kaputt. Der kann jetzt auch gleich kaputt gehen. Ist er auch. Boah, endlich. Irgendwas ist da noch explodiert, ey. Dass die die Umgebung nutzen, um mich zu ficken, Alter, ne? Das ist schon krass. Aua, da ist noch einer. Was? Ja, we got the squad down, da hast du recht. Und das bist nämlich auch Teil du des Quads gewesen. Das ist alles, was von dem übrig ist. Haufen Blutmatsch. Ja, Saving Content. Okay, das soll ich wohl da lang gehen. Wann kriege ich wieder Leben? Ich möchte bitte leben. Oh, King, King! Gott, der ist voll auf Durchzug geschalten. Oh. Oh, hey, Keegan! Keegan! Was? Wie, was? Ich nehme an, ich betätige den wieder auf Aus. Oh, Gott! Das waren sehr plötzlich sehr viele Geister. Ich habe nochmal in die Audio reingehört. Die müsste jetzt eigentlich wirklich absolut passen. Ich wüsste jetzt nichts mehr zu verbessern. Ansonsten, wenn ihr noch was habt, was ihr in der Audio geändert haben wollt, zeigt mir Bescheid. Bitte in den Kommentaren. Ich muss Bescheid wissen. Danke. Ansonsten bleibt das so, wie es ist. Ah. Schon wieder die, ey. Lassen. Unterlassen! Aua! Das tut voll weh. Dies ist Quatsch-Boss mehr, wenn das so weh tut. Geh, hier. So, und das Saubleben. Aha, noch mehr von denen. Hört auf, aus den Leichen rauszukommen, ey. Und auch aus den Wänden. Was soll das? Weg. Pissen. Hinfort urinieren. Genau. Bitch. Oh, hey. Okay. Sind wir in der King Street Station? Wahrscheinlich, ja. Hey, Leben! Heil Dreieck, ey. Heil Dreieck. Richtig geil. Bitte ein Saving Point jetzt. Äh. Okay, ich gehe anscheinend in die richtige Richtung. Geht jetzt einer von euch gucken, oder? Ja. Ich habe aber schnell darauf vorbereitet. Ja, zugegebenermaßen, bei See What That Was wäre ich auch schnell darauf vorbereitet, jemanden erschießen zu müssen. Ich habe keine Granaten mehr. Die habe ich noch. Die habe ich noch. Okay. Nachladen. Ah. Natürlich. Einer ist immer noch da. Au. Nein. Z. Ui. Das spritzt, das spritzt das Wasser aber weit. Obwohl nur das Wasser? Hm. Yay. Frackgranaten. Scheiße. Da hätte ich Leben gekriegt. Das war gute Ecke. Ah. Da oben. Ah. Da unten. Ah. Tod. Aua. Und wo? Da oben. Eher blöden Sauhunde. Eher saublöden. Okay, der ist tot. Du auch gleich. Sag ich doch. Ich kann hell sehen. Ha. 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 Okay. Kein Leben mehr zum Aufheben. Das heißt, nichts ist. Muss ich Dingens verwenden. Ein Mad Kit. Ein Verficktes. Hätte ich drauf schießen können. Hätte ich drauf schießen können. Und hier. Und hier. Ja. Ja. Leider schon. Leider schon. Okay, der ist hinüber. Okay. 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 Der auch. Das ist gut. Hey. Hey. Hammerhead. Hey. 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 Nicht so gut. Oh, gar nicht gut. Oh, gar nicht gut. Z, z, z. Piss dich, Junge. Hey, ich hab ihn. Cool. Ich hab keine Granaten mehr von denen. Cool. Aber Frack Grenades hab ich noch. Und zwei. Zwei hab ich genau genommen. Nicht ein, zwei. Da ist auch noch Leben. Das ist gut. Das kann ich gar nicht aufheben. Fuck. Ja, gut. Dann geh ich da mal rein. Oder auch nicht. Aua. Oh, ich glaub, das hat ihm mehr als mir. Ah. Ich drück immer die falsche Taste, ey. Und kurz nachdem ich die Granate verballert hab, äh, speichert er natürlich. Sehr schön. Das macht Spaß. Piss dich, Junge. Ich werd mich verarschen hier. Was soll das? Da ist noch einer. Piss dich, Junge. Aua. Okay, den hab ich. Okay, da kann ich nicht weiter. Das heißt, ich muss eh da lang, wo ich mich grad freigeront hab. Aber ich seh dich. Set. Ich hab keine Granaten mehr. Fuck. Ihr habt noch einer von denen. Okay, das hat ihn nicht erwischt anscheinend, obwohl es ne Proximity-Dingens ist. So ist das Leben. Mad Kids hab ich auch keine mehr. Leben sieht auch nicht so geil aus. Fuck. 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 Die Muni hier ist auch zu mich, alle. Okay, da komm ich nicht. Hallo. Hallo. Ja, nee. Aha. Okay, er hat den Switch gepresst. Nicht all clear. Ich geb euch gleich all clear. Was hast du denn für ne Waffe? Aua. Ja, wie soll ich mich da bitte gegen wehren? Wenn er mir den einzigen Weg, wo ich mich verstecken kann, versperrt. Hab schon gesehen, dass das ein fucking Laser ist. Okay, jetzt kann ich nochmal betätigen. Warum seid ihr nicht am Brennen? Achso, weil der Wasser ist. Scheiße. Auf, Granaten zu werfen, du Arschloch, du blödes. Ich hab da auch noch ne coole Waffe. Da, die da. Na, wie sieht's aus mit euch? Okay. Tot. Das ist gut. Äh, was liegt da noch rum? Laser. Ah. Laser oder experimentelle Waffe? Die brauch ich nicht aufholen. Nee. Nee. Ja. Hm. Ja, nehmen wir mal nen Laser mit. Ist ja ne neue Waffe, ne? Machen wir das mal. Dann testen wir mal, wie gut der ist, aber da scheint der ziemlich fucking effektiv zu sein. Das hier? Ach, noch mehr. Sachen, wo ihr lesen könnt, wo ihr aber pausieren müsst für. So. F. Licht ist schon an. Gut. Leben ist nicht so gut. Gut. Hm. Ah, okay. Hm. Hallo, Bus. Ja. Klar, dass der jetzt runterkommt, ne? Ui. Na, Bus. Ey, dann legt das noch an. Mach das mal aus. Spann mal Strom hier. Hier irgendwas? Nee. Andere Richtung wahrscheinlich schon. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ja, da, da, da sieht's, da sieht's doch richtig aus. Jo. Da, der mein Song. Hey. Leben. Will aber mehr Leben haben. Gib mir mehr Leben. Oh, schlechter Blähn. Ich hab dich gesehen, was auch immer du warst. Piss dich, Junge. Nicht so gut. Nicht so schön. Fühle mich nicht so wohl bei. Ja. Oh. Oh, oh. Hilfe. Hilfe. Alma, Hilfe. Hilfe. Unterlassen. Nochmal Spann. Ah ja, deswegen. Einer ist einfach mal abgehoben. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Au. Piss dich, Junge. Cool. Deine brennt. Den muss ich jetzt nicht so aktiv abschießen, aber ich kann ja noch ein bisschen draufballern. Hm? Wirf doch die Granate, wenn ich dir sag, dass du nur Granate werfen sollst. Ja, hat mir jetzt nicht so viel gebracht, die zu werfen. Zugegebenermaßen. Oh, Z. Ach ja, ich hab einen Laser. Ich vergaß. Kurz nachladen. Granate wechseln. Zack, zack, zack. Ja, das ist die einzige, die ich noch hab. Und dann wechsle ich mal auf den Laser. Ey, Leben. Erstmal Waffen einsammeln hier ein bisschen. Assault Refle. Automatic Shotgun. Leben. Nice. Automatic Shotgun. Assault Refle. Und hier ist wahrscheinlich wieder... Oh, hey. Was sind Dinge? Amor. Oh, ein Proximity mein. Oh. Ja. Das gefällt mir doch. Blätt, ey. Ei. Okay. Das ist... Ja, das ist ziemlich effektiv anscheinend. Wenn's trifft. Aber ist so gut wie leer. Ey, noch zu einer von denen. Okay. Das hat jetzt meine ganze Munition gekostet mit dem Laser. Aber ich kriege nochmal Laser wahrscheinlich. Ey, bisschen Leben. 50. 50 will er mir geben dafür. Ja, ja. Das ist ein fairer Austausch. Ha. Hier noch ein, zwei Gegner toten mir. Da hätte ich ja doch die andere Waffe behalten sollen. Die war besser. Ja, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt. Irgendwie gehe ich doch so langsam. Ja, ich renne ja noch nicht. Behindert, Alter. Oh, hey. Da gibt's ein bisschen was davon. Das ist doch schön. Oh, ja. Oh, ja. Da war auch noch ein paar Dinggranaten bei. Oh, ne. Normale, Dingens, Dingens. Hier, Incendary. Ja, schön ist das. Da fragt man sich doch. Okay. 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 Nur wo? Da auf jeden Fall schon mal nicht. Oh, oh. Hört da was? Ja, da ist es. Oh, Gott. Sucker. Wie kam's denn jetzt dazu? Ach, du Scheiße. Der Ende. Oh, ich habe ihn in der Mitte durchgebrannt. Cool. Und damit ist die Muni alle. Er hat geteepost. Sehr schön. Aua. Aua. Ja. Be dead. Third. Okay. Muni. Menge Muni. Oh, Muni. Ja, jetzt habe ich aber schon zu viel davon. Shotgun. Kann ich da durchgehen? Das ist das Ziel. Oh, nee. Irgendwie nicht so. Oder? Du wolltest nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube eher doch. Schauen wir mal. Gehen wir mal da hoch. Ich glaube da sollen wir ungefähr hin. Hey. Danke. Yes. Ja. Boah. Au. Von wo? Ach so. Jo. Kann man lesen, wenn man möchte. Kann man auch lassen, wenn man möchte. Ah, da ist er. Okay. Völlig zerfetzt. Zer fit. Fit schnippelt. Zippelt. Oh, ja. Das liegt nur noch ein bisschen was davon frei. Cool, das nehme ich mit. Danke. Nachgeladen ist. Ich habe zu weit gedreht meine Maus. Fick mein Leben. Piss dich, Junge. Ja. Jetzt guck, wie du damit überlebst. Ja, siehste. Gar nicht nämlich. Tschüßen. Da habe ich auch so richtig schön den kompletten Unterkörper weggeschossen. Und nur so die Wirbelsäule ist geblieben. Ist richtig schön. Ich mag die Go-Engine im Spiel. War, glaube ich, auch einer der ersten, die es wirklich gut gemacht haben. Uh. Baby. Uh. Ja. Wenn wir schon mal bei you, Baby sind, dann bin ich mal ganz schnell weg. Babe. Ich habe dich lieb, Alma. Aber. Du machst mir ein bisschen Angst, ne? Retrieve, Sagend, Kigan. Ich glaube, das schaffe ich nicht mal. Uh. Ain't good. Piss dich, Junge. Junge. Jungs und Mädels. So ist es. Pissen. Pissen. Ui. Ich habe gerade das Auto als Waffe eingesetzt. Geil. Aber scheiße, verliere ich jetzt nicht mehr den Führerschein? Hm. Denkend. Äh. Was ist das? Ein Schnipplerriffe. Ja, dann nehme ich doch das Schnipplerriffe immer mit. Hätte ich ja wohl anscheinend brauchen. Ich hätte mir trotzdem lieber die andere Waffe behalten. Hätte ich mal gewusst, dann hätte ich die behalten, ne? Press E to open. Ah, cool. Ja, hm. Kann man machen, ne? Da kamen sie nicht her. Die kamen von da hinten irgendwo. Ja, kriegst du sie wohl bei der Ehre? Saving Content. Danke. Das heißt, jetzt fangen die Sniper wieder an, oder wat? Ist das hier ein Quick-Snapper-Match, oder wat? Nein. Nicht nur. Wie sich gerade zeigt. Aua. Unterlassungs. Okay, der ist eliminiert. Das brauche ich. Die Muni nehme ich auch mit. Okay. So. Momentan. Aua. Wollte gerade sagen, scheine nicht sicher zu sein. Aber das... Da habe ich mich gewaltig geirrt. Aua. Hier muss ich zielen. Ja, ich bin schneller als du. Ich kann Quick schnippeln. Ha. Papa. Kann ich eigentlich nicht, aber egal. So. Jetzt bin ich sicher. Oh oh. Nein, bin ich nicht. Fuckin' hell. Ein Missle-Luncher. Oida. Sag mal, wirst du mich verarschen? Kommst du jetzt her? Piss dich, Junge. Los mit dir. Aber an der Stelle beende ich den Part, weil der gerade abgelaufen ist. Äh, hoffe ich, hat euch gefallen. Vielleicht sieht man sich wieder im nächsten Part. Würde mich freuen. Rad rein, Leute. Tschüss.